Fünf Sehmer, die absolut komplett lost sind. Das sehe ich unten, das sehe ich unten drinnen. Mann, 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 Mann! Och, Dicker! Maaan! Mann! Oh, Mann! Fuck! Äh, einziges Selbstverteidigen, was wir gelernt haben, war zu sagen, bitte fassen Sie mich an, ich kenne Sie nicht. Bitte fassen Sie mich an, ich kenne Sie nicht. Bitte fassen Sie mich an? Ich kenne sie nicht? Digger, also ich weiß nicht was, also wenn dann, also wenn der Lehrer dir das so beigebracht hat, da würde ich dann nochmal, also mhm. Das war alles, was wir damals gelernt hatten in der Hochschule. Ähm, oh. Israel. Oh, das ist, äh, der Islam. Digger, ich schwör, ich muss einfach dümmer werden, ich muss einfach dümmer werden, ich muss dümmer werden, ich krieg nur über 10k Zuschauer, wenn ich extrem dumm bin, es geht nicht anders, ich muss einfach dümmer werden, ich muss einfach so dumm sein wie Kevin und Max und Monte, ich hab drei Möglichkeiten, ich nehm richtig viele Drogen, ja, ne, das ist die einzig machbare Möglichkeit, ich nehm jetzt einfach ab jetzt viele Drogen, komm, scheiß drauf. Du hilfst Leuten, denen es gerade nicht gut geht. Ähm, das ist mir, also unterbewusst ist mir das bewusst, aber jetzt nicht oberbewusst. Seht ihr das? Seht ihr das, Leute, seht ihr das? Das bringt doch alles nichts, das, das bringt doch alles nichts, das muss doch in der Schwangerschaft. Das Leiber Danny ist deutsch. Magst du einen Pizza Ananas? Nee. Aber warte, ich glaub schon. Ey, das tut mir vor allem gerade für Karl, dass er jetzt nicht mehr fliegen konnte. Ich hätte ihn wirklich gerne mitgenommen, das war dumm. Och, Digger, so geile Zeiten. Warum liegt der Fett? Oh mein fucking arm! Die hat ja jedes Wort falsch gemacht. Da ist ja alles falsch. Da ist ja alles falsch. Basierend auf Oma, ich sag danke von die Draufgänger auf Amazon Music. Starker Dance-Move. Sehr stark, damit holt man zwei von zehn Frauen im Club ab. Hab ich mir so ein kleines Lego-Schwert. Digger, dieser Clip. Von so einer Figur in meine Harnröhre gesteckt. Weil ich nicht wusste, was ich da mach. Was war noch? Die Harnröhre, war das hier unten? War das ein Arachen? Wahrscheinlich bei dir schon, Danny. So viel Pisse, wie du trinkst. Okay, los. Hallo? Hallo, hallo? Guckt Max gerade zu? Achso, oh mein Gott, bin ich los. Oh mein Gott. Cutter rausschneiden. Cutter rausschneiden. Ich dachte gerade, Micky redet mit mir im Discord. Ich hab jetzt schon geöffnet. Ey, wenn du dich hier lustig... ...machen willst über meinen Kleidungsstil und über meinen Hosen-Kleidungsstil, dann kannst du das sehr, sehr gerne machen. Aber dann kannst du das einfach mal sehr, sehr lange nicht mehr machen. Klar. Okay, oder? Danke, Rebi. Easy money. Oh, das sind Steuern, glaube ich. Ey, das schmeckt. Aber da ist der Ice-Bild-Hauer halt gut, ne? Oha, das sind so Dinos. Das Ding ist, ich bin ja wirklich, ich bin ja wirklich mittendrin bei diesen Leuten. Aber ich sag halt nicht. Ich sag halt nicht die ganze Zeit so dumme Sachen. Ich sag halt einfach nicht die ganze Zeit so dumme Sachen. Ich könnte das einfach forcieren. Ich forciere das jetzt einfach mal. Kriegt eh keiner mit, kriegt eh keiner mit. Achso, ja, meine ich, meine ich. Ich hab' ich versprochen. Versprochen, Dinos und Eisbären klingt genau gleich. Versprochen. Versprochen, Dinos und Eisbär auf Dino. Oha. Das sind so Dinos. Ich weiß, ich werde das nicht finden. Andorra ist hier. Da ist Andorra. Da ist Andorra. Wo ist denn Andorra? Wieso ist es rot? Ich weiß nicht, wo Andorra ist. Also das ist doch, das kann man mir doch nicht erzählen, dass das ernst gemeint ist. So blöd kann man doch nicht sein, Antonia. Hier ist Lichtenstein. Malta. Vatikan. Neapel. Luxemburg. Schottische Inseln. Griechenland-Inseln. Ah, Malta. Äh, Monaco meine ich. Monaco. Monaco meine ich. Mein Gott. Monaco. Malta ist hier. Scheiße, Alter. Monaco. Nein, wirklich jetzt. Ich hab mich... Wo? Achso. Ah. Oh. Ahaha. Ich hab... Ich hab jetzt immer... Ich hab jetzt absolut getrash-talked, ne? Ja. Ähm. Weil, äh, meine Cam ist ungefähr 40 Mal am Tag gefreezt. Wegen USB-Band... Hä? Bleibt das auch bei euch hängen? Ähm. Weil... Italien. Island. Island. Ach, Mann. Deutschland. Okay, lass dich drüber reden. Lass dich drüber reden, okay? Lass dich drüber reden. Achtung, Leute! Hä? Nein. Wie geht das denn? Wie fliegt man den denn? Nächste Woche. Ja, nicht in Berlin, aber halt. Brandenburg. Ist Brandenburg nicht Berlin? Was wir nicht aussprechen können? Brasil! Portugal. Nein! Nein! Nein. Nein! Nein! Meine Leute, das ist der Tut-Chat! Fuck! Aber auf der anderen Seite, Digga, wenn du halt, sagen wir mal, jedes Mal eine 70% Chance hast, dass der Schuss reingeht, und du hast dann zehnmal die Chance, dass es reingeht... Sind das siebenhundertprozentig. Bist du öfter gewinnen, als jemand, der's... Also, weißt du, was ich meine? Deutsche Streamer sind vier Minuten komplett lost. Teil zwei. Da seh ich uns. Da seh ich mich. Stabiler Just Chat-Extreme heute. Kennst du das, wenn du Pizza bekommst, ne? Chef Strubbel? Ja. Und vor deinem Türspion ist der Pizza-Blitz, und der kommt so ganz nah mit seinem Gesicht ran. Findest du das, dass ich dir einen Raffling schicke? Das ist das. Stimmt. Ne, jetzt kein Raffling, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, jetzt geht's auch nicht. Aber ich hol mir jetzt was zu essen, Rebi. Haben Hunde Ohren? Bist du dumm? Nein, haben Hunde nicht. Neuseeland. Ne. Australien. Fast, Australien. Okay, aber Neuseeland sieht irgendwie ähnlich aus. Zypern? Ne. Ja, Zypern, klar, weiß man doch. Zypros. Antonia, bitte. Ähm, und das nächste wird sein... Das nächste wird sein, dass ich... Chilliger Trick, Bro. Ich hab's als Kind... Ich hab als Kind... Ich... 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 Danny. Ah. Jo. Ich hab das... Ich hab's... Ich hab... Junge! Musst heute wahrscheinlich erstmal streamfrei machen, so Schmerzen hab ich. Was? GG. Nein, in den Heli. Ich dachte, die landen. Zehn von... Zehn. Guck mal, er landet. Hat er gut gespielt. So? Und es liegt dann doch wieder los. Geht das Ding vielleicht auch nochmal an? Oh mein Gott, bitte sag mir jetzt nicht, dass das Gimbal nicht geladen ist. Schade, Nico, schade. Entspannt. In den letzten zehn Jahren unzählige. Ist Bumbo ein Spanier oder warum... Warum ist alles spanisch? Ist... Ist Bumbo ein Spanier oder warum ist alles spanisch? Was? Ist Bumbo... Ist Bumbo ein Spanier? Bumbo? Fucking Bumbo, Alter. Bumbo Omega Lull. Oh, Digga. Bumbo. Pizzen gegessen, die... Weit unter deiner... Weit unter deiner... Oh, wait. Pizza ist nicht aus Spanien. Nevermind. Oh, Digga. Kevin. Es war ja... An dem Clip war ja wieder alles falsch. Junge. Bumbo ist auf jeden Fall... Ist auf jeden Fall Spanier, Digga. Ganz klares Ding. Oh, nee, Digga. Oh, nee, Digga. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ach, komm, Chat. Kommt. Ja, kleiner Spaß, Leute. Ah! Ah! Oh, nein! Oh, fuck! Digga, das war so schmerzhaft, wirklich. Seitdem ich mir meinen eigenen Sohn in den Arsch gesteckt hab. Er hat sogar noch ein Bein verloren. Junge. Der Mann ist gebrochen. Der Mann ist gebrochen. No joke. Wartet mal. Wo hab ich den anderen Fuß? Scheiße, Mann! Der andere Fuß ist weg. Also... Hier, schaut ihn euch an. Den Arm. Hier ist noch mal ein Fuß. Und hier ist der Rest vom Bein. Wir müssen den irgendwann mal reparieren, Digga. Ich mach demnächst einen OP-Stream. Wo wir den reparieren, okay? Scheiße, Alter. Mein Sohn. Der Arme. Der Arme, der Arme, der Arme. Wir könnten den noch anmalen und andere Klamotten geben. Holy Shit, Digga. Ja, wir müssen den auf jeden Fall erstmal irgendwann demnächst wieder zusammenflicken. Und mein Arschloch auch. Ah, hab ich gewusst, gecallt. Teleportation. Die Nation. Das ist so ne Art Tourettee nehm ich an. Also Junge... Ich glaub, Danny hat damals Wachsmannstift gegessen. No joke. Danny ist so ein Kind, was diese Knete Pizza, die man gemacht hat, selber gegessen hat einfach. Was ist das eigentlich für ein Headset? Das ist mit Tesafilm zusammengeklebt. Danny ist einfach... Das mache ich auf. Ja, 15 Sekunden Zeit. 15, 14, 13, 12, was? Wo siehst du den Countdown? Nee, den habe ich in meinem Kopf, Digga. 11, 12. Ja, Mann, ey, jetzt hast du mich voll aufs Konzept gebracht, Digga. Ruhig, Bäume, Bäume, Bäume. Geht in die Hose. Junge. Das war ein bisschen beschissen geflogen, wenn ich ehrlich bin. Ist jetzt? Was ist jetzt? Dankeschön. Marco, danke für die 200 Bits. Wie wäre es mit Mario Maker? Einen Level bauen? Vielleicht was mit Spikes? Wie ich das auch immer gleich vorgelesen habe. Marco, für dich habe ich... Das ist wie dieses eine... Ah, scheiße, ich bin nette drausgezogen. Ah, nevermind, das ist ein Wireless-Set hat vergessen. Digga, Kerrin. Ich hatte mein... Ich hatte mein VPN an, weil ich nicht... Also, nicht wegen Anime, sondern weil ich mein VPN... Mein VPN... Mein VPN... Ich hatte ein VPN, weil... Ja, alles klar. I see you, I feel you. Was ist das? Das bin ich. What the fuck? Ach, Junge, das war halt... Was ist... Das denn? Was ist das denn? Moro, danke schön. Hä? Digga, nicht viele Szenen habe ich hier drin. Lena, fege, danke schön. Küsschen, vielen, vielen Dank für die Subs. I'm what agree. Was ist das? Harley? Say what they're cheating. Ich weiß, was geht. Dir werden Fragen gestellt und du musst sie halt beantworten. Also, wenn ich jetzt... Dann, no. Danny, halt's Maul. Oh, shit. Mit deiner Familie? Hä? Hast du nicht Corona? Ich hatte Corona. Punkt eins. Zweitens habe ich mich danach getestet. Wie alt ist deine Oma? Meine Oma ist nicht da. Wer war das eben, der da war? Ach so, das ist meine andere Oma. Star Wars, noch eins. Dankeschön, Bro. Sieben Monaten Date. Richtig fresh, Punkt. Der Link beschreibt meine Situation ziemlich gut. Chillig, Digga. Chillig, 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 chillig.